Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack. Ich habe gerade schon mal so 6-7 Minuten aufgenommen, bin so ein bisschen durch die Stadt gelaufen und wollte euch eigentlich heute so eine kleine, ich sag mal, Stadtgrundführung geben. Einfach mal so zeigen, was hier so abgeht und was sich so verändert hat. Aber es hat sich nicht wirklich was verändert, außer dass ein paar Gebäude zerstört wurden und ein paar Gebäude wieder aufgebaut wurden, keine Ahnung. Also wirklich viel getan hat es hier in der Stadt nicht. Deswegen habe ich mir überlegt, mache ich heute schon nochmal eine schöne Laber-Folge. Ist ja auch gestern bei euch und auch vorgestern richtig gut bei euch angekommen. Und ich habe einfach auch nochmal so ein kleines Thema, was ich mit euch besprechen möchte. Und in der Zwischenzeit können wir ja einfach hier auch an der Mauer weiterbauen. Also wir haben auf jeden Fall noch einiges zu tun. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal unten überall dorthin, dass sich die Mauer hier vernünftig ausbreitet. Äh, ausbreitet. Was, 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 was? Zalla, was laberst du da? Ne, ich wollte nicht ausbreiten, sondern dass das hier vernünftig geschlossen ist. Also die kann ja nicht hier so, hier steht das Fundament und dann ist hier so eine Lücke. Das sieht natürlich nicht so schön aus. Und wir werden gleich die Bäume hier mal eben kurz abholzen. Und währenddessen, wie ich das Ganze machen, möchte ich einfach mit euch über ein kleines Thema sprechen. Und zwar, äh, viele von euch wissen ja, dass ich, äh, 2010 meinen ersten YouTube-Kanal gegründet habe. Und zwar, äh, hieß der, ihr könnt das nachher auch gerne mal nochmal abchecken, hieß der Herr der Blöcke. Ja, das ist so mein erster YouTube-Kanal gewesen. Äh, den habe ich, äh, damals gemacht, weil ich einfach, äh, so Let's Shows machen wollte. Also ich wollte so ein paar Sachen halt vorstellen, ähm, was wir damals so mit so einer kleinen Gruppe in Minecraft gebaut haben. Das ist unfassbar schlechte Qualität. Das ist doch schlimmer als mein erstes Let's Play, was ich gemacht habe. Weil das hat wirklich so, da, also ich rede wirklich so. Hallo meine Freunde, mein Name ist Zander21. Und ich möchte euch heute so ein wenig, und ich rede zwei Minuten, bevor ich überhaupt irgendetwas mache, rede ich einfach erst mal zwei Minuten. Das ist die absolute Hölle gewesen. Ich wusste gar nicht, was ich da gemacht habe. Und wenn ich mir das heute nochmal angucke, ist das richtig schlimm. Nichtsdestotrotz habe ich dann, äh, ja, meinen Kanal ZanderLP gegründet. Und, ähm, bin dann ja, äh, hab dann ja relativ viel auch mit denen dann da eine Zeit gemacht und hab dann irgendwann gesagt, so, ich möchte meinen Kanal gerne mit zwei anderen Leuten machen und hab dann noch einen anderen Kanal gegründet. Davon wissen viele gar nichts. Also es ist wirklich so, dass ich eine Zeit lang halt einen Kanal hatte, ähm, den ich mit zwei anderen Dudes geführt habe, wo wir halt so ein Projekt gemacht haben. Und ich möchte eigentlich mit euch nochmal über dieses Thema sprechen, weil, ähm, wir haben damals ein Projekt gemacht, was mir wirklich mega viel Spaß gemacht hat und was auch damals bei den Zuschauern richtig gut angekommen ist. Und zwar, ähm, hab ich ja gestern über das Thema Roleplay gesprochen, dass ich mich hier aus der ganzen Roleplay-Geschichte enthalte, ähm, weil mir das auch an vielen Stellen einfach ein bisschen zu unorganisiert ist. Aber ich möchte an dieser Stelle sagen, ich bin total der Roleplay-Fan, ja. Also ich bin wirklich jemand, der super gerne Roleplay macht. Wir machen ja, wie gesagt, auch unseren Armour-Server und so. Das hatte ich ja gestern alles erklärt. Aber es gab halt einige Leute in den Kommentaren, die das nicht ganz verstanden haben, ähm, dass ich halt Roleplay super gerne mache, ja. Es gab einige Leute, die haben geschrieben so, yo, äh, erstmal haben viele Leute nicht verstanden, dass ich mich aus dem Roleplay momentan enthalte. Und dann gab es viele Leute, die gesagt haben, hey, ich finde das geil, dass du gar kein Roleplay machst, weil ich finde Roleplay kacke. So, ähm, ich persönlich empfinde das nicht so. Ich finde, Roleplay ist eine mega geile Sache. Man muss das aber richtig machen. So, und ich finde halt das Roleplay, so wie das halt hier ist, und das hatte ich ja gestern gesagt, ich finde das jetzt nicht falsch oder, äh, ne, ich möchte das jetzt auch nicht schlecht reden oder so, sondern für mich ist das einfach nicht das Roleplay, so wie ich Roleplay empfinde. Ne, das habe ich ja gestern sehr ausführlich erklärt. So, ähm, also für alle Leute, die das nochmal wissen wollen, guckt euch das Video gerne von gestern nochmal an, warum ich bei dem Roleplay hier nicht mitmache, weil, warum mir das hier so unter den Umständen einfach keinen Spaß macht, ja. So, ähm, ich möchte mit euch heute über ein Thema sprechen, äh, und zwar über die, über, über ein Projekt, was ich damals auf dem Kanal, also auf diesem, äh, ich weiß, ich weiß leider, mir fällt der Name nicht mal ein, weil wir haben den Kanal, glaube ich, auch nur so, irgendwie zwei Monate oder so, oder so gehabt, und das war auch immer nur ein Nebenkanal, den habe ich immer, äh, neben Thunder LP gehabt, also dementsprechend, ähm, war das jetzt kein Projekt, was ich jetzt, äh, so im Endeffekt, wo ich sagen würde, so, yo, Alter, das, äh, war der Oberschitz, sondern das war eher so ein Versuch, und, äh, da haben wir ein Projekt gehabt, auf jeden Fall, wo wir, äh, wo, wo ich mir eine Geschichte überlegt habe, äh, und zwar von Jack, und Jack ist ein, äh, Raumfahrer, beziehungsweise ein Forscher gewesen, der, ähm, im, äh, ja, im Weltraum geforscht hat, und versucht hat, Planeten zu finden, die besiedelt werden können, ähm, wo halt, äh, Sauerstoff zum Atmen ist, wo Pflanzen sind, wo Wasser ist, und so weiter und so fort, und dieser Jack, ähm, ist irgendwann in irgendeine, von einem schwarzen Loch angezogen worden mit seinem Raumschiff, und ist dann auf einen Planeten gezogen worden, wo er zum Glück leben konnte, wo er atmen konnte, ähm, also, das ist halt eine Geschichte, ne, ähm, und das Ding ist halt, dass, äh, dieser Jack dann halt sein, äh, so ein Abenteuer halt durchlebt, was halt von der Story her, ähm, so ein bisschen vorgegeben war, also sprich, ähm, schon gesagt wurde so, ja, es war eher so eine Art Kurzfilm, Schrägstrich Roadplay-Projekt, wo man halt wirklich, äh, wo ich mir dann halt auch andere YouTuber dazu geholt hab, die dann halt eine kurze Rolle gespielt haben, und, äh, dann halt einfach da so ein bisschen was machen sollten, und damals kam dieses Projekt wirklich richtig gut an, wir hatten, glaub ich, irgendwie so 500 Abonnenten oder so, und jedes Video hatte irgendwie so seine 1.500 oder 2.000 Aufrufe, ich weiß es aber nicht mehr, ich weiß nur, dass wir uns damals über die Aufrufe mega gefreut haben, und es hat mega viel Spaß gemacht, und, äh, ich würde gerne so ein Projekt, ähm, irgendwann in Zukunft nochmal machen, vielleicht mit so einer ähnlichen Story, ähm, weil ich halt die Story damals nie beendet habe, weil einfach die Leute, mit denen ich das halt gemacht hab, dann irgendwann keinen Bock mehr hatten, und denen war das zu viel Arbeit, und, keine Ahnung, die haben gesagt, so, ja, das lohnt sich nicht, und so, keine Ahnung, mir hat das einfach Spaß gemacht, und ich wollte das unbedingt weitermachen, aber alleine war das einfach nicht zu stemmen. Ähm, ich hab jetzt so eine kleine Idee, wie ich das Ganze vielleicht doch machen kann, äh, und ich wollte euch einfach mal fragen, einfach mal in die Kommentare reinzuschreiben, ob ihr auf sowas grundsätzlich Bock hättet, also, dass ihr wirklich sagt, so, yo, ähm, das klingt ganz nice, äh, ich könnte mir sowas vorstellen, warum ich das Ganze, äh, überhaupt noch machen möchte, ist einfach, ähm, ich bin total begeistert, was so, ähm, ja, ich sag mal Fantasy-Geschichten oder Science-Fiction-Geschichten angeht, also, wenn ich zum Beispiel so einen Film wie Harry Potter gucke, ähm, ich feiere einfach bestimmte Szenen total, weil ich einfach, ich denke, das geht vielen von euch auch so, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich ja jetzt irgendwie eine Aussahme bin oder so, sondern ich feiere einfach bestimmte Szenen total, weil ich einfach, ähm, die Geschichte total toll finde, und ich finde einfach, äh, also mir macht es einfach unglaublich Spaß, sowas mit anzuschauen, und, äh, sich zu überlegen, ich finde einfach die Sache dahinter einfach mega spannend, so, dass wirklich ein Mensch die Idee hatte, so eine schöne Geschichte, äh, sich auszudenken, und ich bin halt jemand, der wirklich, also ich könnte mir gut vorstellen, dass ich so in ein paar Jahren, vielleicht sogar auch schon in naher Zukunft, irgendwann mal anfange, ein Buch zu schreiben, einfach nicht, nicht mit dem Sinn, äh, oder nicht mit dem Hintergrund, dass ich jetzt einen neuen Harry Potter aufsetze oder so, ja, sondern einfach, um eine Geschichte zu erzählen, so, weil ich finde einfach so, eine Geschichte zu erzählen, das ist einfach eine richtig geile Sache, weil ich bin halt jemand, der mega viel in Fantasie oder in irgendwelchen Gedanken rumhängt, und, äh, ich würde halt echt gerne mal irgendwie, äh, eine Geschichte erzählen, die einfach schön ist, die man sich einfach anhören kann, äh, die man sich vielleicht auch anschauen kann, in einer Art Minecraft-Verfilmung, wie auch immer, ähm, also größer möchte ich das Ganze jetzt nicht spinnen, äh, um einfach mal, äh, einem Menschen eine schöne Geschichte zu erzählen, und das ist, glaube ich, so auch so eine Sache, die wird mir unglaublich viel Spaß machen, ich würde einfach gerne mal euer, äh, euer Feedback dazu hören, ob ihr sowas auch in Minecraft euch angucken würdet, also wenn ich wirklich mir eine Geschichte überlege, die halt richtig gut ist, die dann vielleicht auch kein Roleplay mehr ist, sondern wirklich auch eine, eine Erzählung ist, mehr oder weniger, also dass man wirklich sagt, okay, ähm, das ist eine Geschichte, die, ähm, ist schon vordefiniert, also man, ich weiß schon, was passiert, das ist nicht so, dass ich, ähm, darauf warte, dass irgendwelche Momente sich ergeben oder so, sondern ich weiß ganz genau, in Folge 3 und 4 passiert das, so weiter und so fort, und ich möchte jetzt auch keinen riesengroßen Hype erzeugen oder so, ich möchte einfach, dass ihr dann die Möglichkeit habt, euch was Schönes anzugucken, und einfach ein bisschen zu chillen, einmal in der Woche kommt oder so, ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, was ich mir so überlegt habe, ich würde gerne einfach wissen, ob ihr auf sowas Bock hättet, oder ob ihr sagt, so, boah, yo, keine Ahnung, ja, nee, der Herr Bergmann, der macht sowas ja schon und bla, und das ist auch nicht so krass, und das gucke ich auch nicht so gerne, oder ich gucke das voll gerne bei Herrn Bergmann, äh, das Ding ist halt, ich möchte das auch nicht so, wie Herr Bergmann machen, ne, ich möchte jetzt nicht hingehen und, äh, da sowas, äh, so kurzfilmmäßig irgendwas machen, wie der Herr Bergmann, sondern ich möchte einfach eine Geschichte erzählen, und da hätte ich einfach Bock drauf, ähm, aber wenn, wenn ich das einfach keinen Arsch anguckt, dann macht das wahrscheinlich auch einfach wenig Sinn, das dann halt, sich die Zeit dafür zu nehmen, und diesen Aufwand halt zu machen, das würde ich dann irgendwann machen, wenn ich da wirklich mal richtig viel Zeit für habe, aber momentan ist es so, dass ich dann in anderen Projekten, äh, andere Projekte erstmal zurückstellen würde, zum Beispiel, und dann andere, äh, äh, beziehungsweise dieses Projekt dann vorantreiben würde, also, ich denke mal, ihr versteht, was ich meine, es wäre halt wirklich so, dass ich halt momentan, die Zeit in mir nehmen müsste, und, äh, da auf der einen Seite halt Abstriche mache, um, um dann halt dieses Projekt zu realisieren, und wenn ihr sagt, so, yo, nee, brauchst du nicht, äh, das ist nicht so geil, das würde ich mir nicht angucken, dann, ähm, ja, dann würde ich das wahrscheinlich auch nicht machen, deswegen würde ich einfach gerne mal eure Meinung dazu wissen, ähm, weil mir das wirklich so, ich hab, äh, ey, das klingt jetzt komisch, aber ich hab heute Nacht im Bett gelegen, und ich bin immer wieder wach geworden, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so, wenn man so, so am träumen ist, und dann wach wird, und das dann, so weiter spinnt, also wenn man diesen Traum nicht vergisst, sondern es weiter spinnt, das hab ich so lange gemacht heute Morgen, dass ich halt einfach das Gefühl hatte, so, du musst das jetzt heute einfach mal in einem Video ansprechen, so, keine Ahnung, ich weiß nicht, äh, das war echt ne komische Situation, aber ich bin echt mal gespannt, was ihr sagt, so, weil das ist für mich so ein Thema, was, äh, worüber ich schon echt lange drüber nachdenke, über, über so ne Story, über so ein Storytelling, und ich hätte da richtig Bock drauf, mir wäre das auch scheißegal, ich würde das auch mit jemandem, auf nem anderen Kanal machen, der halt wirklich, äh, zum Beispiel gut schneiden kann, oder, äh, was heißt gut schneiden kann, gut, in Minecraft so, Videos schon gemacht hat, so, jetzt haben wir zum Beispiel mit dem Herr Bergmann, wo ich dann wirklich sag, so, yo, Herr Bergmann macht das reell auf seinem Kanal, aber ich würde halt gerne die Story erzählen, ähm, also von, von, von der Geschichte, ich würde sozusagen gerne das Buch schreiben, und du kannst es gerne verfilmen, so in die Richtung, ja, ähm, weil mir geht es halt in erster Linie wirklich darum, einfach diese Geschichte zu erzählen, ich habe da so ne kleine, kleine Story im Kopf, die ich aber noch nicht weitergespinnen habe, äh, weitergesponnen habe, sagt man das so, weitergesponnen, ich glaube schon, ähm, die ich echt gerne mal so erzählen würde, wo ich richtig Bock drauf hätte, da könnte ich dann auch andere YouTuber mit einbeziehen, weil da auch mehrere, ähm, äh, Charaktere dann eventuell drin vorkommen könnten, und so weiter und so fort, und ich könnte mir vorstellen, dass es echt ein tolles Projekt wird, wo man einfach sich hinsetzt abends, und einfach mal so ne halbe Stunde, oder ne Viertelstunde, wie auch immer, wie lange die Folge im Endeffekt wird, wie aufwendig das Projekt wird, einfach sich zurücklehnen kann, und sich einfach so ne Folge reinziehen, wo man sagt, hey, ich hab richtig Bock zu wissen, wie es weitergeht, das ist ja also so wirklich wie so ne Serie, so, jetzt hab ich aber genug davon gelabert, weil ich bin schon bei fast 10 Minuten jetzt, über dieses Thema am reden, und, äh, ich bin jetzt einfach gespannt auf euer Feedback, ich hoffe, dass ihr ein paar tolle Kommentare dazu schreibt, und wenn ihr nicht ganz verstanden habt, was ich jetzt damit meine, obwohl ich das schon sehr ausführlich erklärt habe, dann schreibt gerne einen Kommentar dazu, und, äh, schreibt nicht wieder irgendeinen, irgendeinen, äh, zusammenhangslosen Quatsch, weil gestern waren halt echt einige Leute, also ich möchte das jetzt nicht verallgemeinern, so, es gab halt so ein, zwei Leute, wo ich mir wirklich die Kommentare durchgelesen hab, und gedacht hab so, Alter, hast du dir das Video überhaupt angeguckt, so, da waren echt Leute bei dir, die haben einfach irgendeinen Scheiß geschrieben, der überhaupt nicht zu dem Video gepasst hat, so, einfach voll aus dem Kontext gerissen, wo ich mir gedacht hab, ey, Junge, ohne Scheiß, guck dir das Video an, und dann wirst du merken, dass dein Kommentar, den du da gerade geschrieben hast, der größte Bullshit ist, warum machst du das, und das verstehe ich echt nicht so, deswegen würde ich mich echt freuen, wenn ihr, äh, also an die Leute, die da gestern, äh, vielleicht das Video nicht zu Ende geguckt haben, oder so, na gut, dann werden die wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr zugucken, ne, das ist, äh, jetzt gerade wahrscheinlich nicht ganz sinnvoll, es gibt wirklich Leute, die gucken das Video nicht zu Ende, lesen den Titel, und schreiben aufgrund des Titels, schreiben die einen Kommentar, was soll ich dazu sagen, Leute, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, okay, gut Leute, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal einen Cut, ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen schönen Sonntag, ähm, ja, äh, ich glaube, das Thema, was ich hier rüberbringen wollte, habt ihr ganz gut verstanden, ich habe ein bisschen was an der Mauer gemacht, das war auch ganz gut, äh, und, äh, ja, morgen sehen wir uns wieder in einem Livestream, und da können wir dann morgen in dem Thema mal ein bisschen ausführlicher nochmal diskutieren, und dann hoffe ich, dass wir die Mauer auch mal langsam abschließen können, und vielleicht dann wirklich den Kuhstall bauen können, denn die Kühe brechen hier irgendwie aus, keine Ahnung, wie das ist, oder die sind hier wirklich gespawnt, keine Ahnung, ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr morgen im Livestream wieder dabei seid, und damit würde ich sagen, sehen wir uns morgen im Livestream, bis dahin, haut da rein, ciao!